Die Dinosaurier lebten vor langer Zeit und es gab viele, weit und breit. Manche waren groß und manche klein und so stapften sie in die Welt hinein. Manche hatten Flügel und flogen herum, manche hatten lange Hälse, andere lebten im Meer. Der Rex, der war gefährlich, das sage ich dir ehrlich. Doch fürchten muss ich da kein Kind, weil sie heute ausgestorben sind.